rein spaziert in diesem sinne freunde was geht ab herzlich willkommen zu einem neuen video nach gefühlt ich glaube vier oder fünf monaten ist es her wo mein letztes video hier auf dem kanal online gegangen ist kleine oder große premiere erste eigene wohnung heute room tour es ist noch lange nicht fertig eingerichtet oder noch lange nicht alles so wie es haben will kurz vorab dass ihr ein paar infos habt knapp 80 quadratmeter ich wohne seit knapp zwei oder drei monaten hier in der wohnung ich wollte das video eigentlich schon viel viel früher abdrehen geschweige denn euch den generell mitnehmen in den videos oder als generell so den einzug mit film habe ich jetzt nicht gemacht war ziemlich stressig kam noch corona dazwischen und so weiter ich würde sagen wir fangen an room tour wie gesagt eingang habt ihr gerade gesehen linke seite seht ihr hier kleine schuhregal ganz easy auf entspannt genau schuhlöffel alles mögliche was mal zu hat wenn man sich einmal umdreht muss zu kurz an die seite gehen eingangsspiegel dass man schön bevor man irgendwo raus geht oder unterwegs ist noch ein kurzes outfit checkt das erste was man hier sieht wenn man hier reinkommt ist diese coole tür eigentlich oder schiebetür wenn man das ganze aufmacht seht ihr meine schuhsammlung ist ein bisschen viel weil ich habe auf der seite leider gar keinen platz mehr wie man sehen kann aber hier passen die restlichen schuhe rein viele noch umgetragen deswegen ganz einfach wieder zu machen auf der seite sieht man noch so eine art weinregal fand ich auch ganz cool muss ich aber noch neu befestigen weil es schon ziemlich locker ist das heißt man könnte die weinflaschen falsch rum reinstecken und hätte hier ein weinregal weiß jetzt nicht ob das so cool ist am eingang weil da denkt ja jeder gleich bin alkoholiker dann würde ich sagen gehen wir weiter in den nächsten raum man sieht schon freunde küche mega zufrieden ich hoffe ich krieg das alles auf die kamera ich habe jetzt die küchenbeleuchtung mal angemacht ich hätte hier oben man sieht hier oben noch mal eine neon lampe die werde ich auf jeden fall noch austauschen finde ich jetzt nicht so geil das ist meine küche habe ich ablöse bezahlt das heißt die war schon drin vom vorbesitzer wo ich wirklich froh drüber war weil in corona zeit also wo ich eingezogen eingezogen bin da eine küche zu finden ist schon ein bisschen hart und dann auf die schnelle noch irgendeine her zu bekommen war halt einfach fast unmöglich und ich fand es halt cool dass hier eine drin ist ich kann euch kurz zeigen ist nicht viel drin ein paar teller ein paar schüsseln das cool ist ich habe dieses soft close finde ich ganz cool hier noch ein paar schüsseln hier einfach der herd hier könnte ich zum beispiel auch noch die herdbeleuchtung anmachen was ich sehr sehr cool finde das filmst du bitte nicht ab weil ich muss das dringend in den müll schmeißen auf der seite natürlich toaster was man so braucht dann wasserkaucher highlight von der küche wo ich übelst zufrieden bin ich bin wirklich kaffeeliebhaber und deswegen habe ich mir eine vollautomatische kaffeemaschine gekauft spülmaschine herz alles am start hier zum beispiel auch für geschirr was ich ganz cool finde auch mit soft close hier unten auch also wirklich jedes jeder einzelne schublade finde ich ganz cool highlight was ich bekommen habe zum einzug freunde ohne scheiß was geileres gibt es nicht das wäre vielleicht beim stream machen hätte ich auf jeden fall bock drauf dass wir so ein kleines kochstream machen und wir einfach aus dem kochbuch was machen hätte ich auf jeden fall bock ihr seht auf der seite einen wunderschönen bartisch vier barhöckern ihr wisst was ich meine sind leider auch nicht mehr die neuesten wie man sehen kann hängen schon ein bisschen auf halb acht ist auf jeden fall entspannt hier schön zum essen schön zum entspannen hier ipads kann man schöne videos anschauen oder auf twitch vorbei schon irgendwie streams oder so der link ist natürlich unten in der video beschreibung bisschen obst bisschen deko lampe sehr sehr geil war auch vom vormieter dabei also ich habe für küche lampe spiegel was ihr gleich im bad sehen werdet und ein bisschen was im wohnzimmer und schlafzimmer habe ich ablöse bezahlt war echt voll okay und ich finde die lampe auch ziemlich geil obwohl ich sie eigentlich nie an habe dann gehen wir weiter richtung highlights bei kronfreunde wir haben hier noch an der seite ein selbst gebautes regal vom vormieter hier an der wand zum beispiel habe ich am anfang erst gedacht es ist hingeklebt oder so oder ein post oder so da war es wirklich hingemalt worden ich weiß nicht wer das gemacht hat aber der typ hat wirklich krasse skills also das ist wirklich krass gemacht hier einfach ja spaghetti was man halt so zum leben braucht ich glaube das ist der klassiker in jeder wohnung die spaghetti und genau süßigkeiten ecke ganz wichtig freunde kaffee ich habe natürlich unmengen an kaffee jetzt gekauft weil ohne kaffee geht ja bei mir nichts mikrowelle habe ich mir jetzt vor kurzem erst geholt und genau falls ihr euch fragen solltet was hier oben müssen wir noch mal kurz in die küche gehen falls ihr euch fragen solltet was diese leitung hier oben ist das hier ist einfach die wasserleitung für crash eis und kaltes wasser gehen wir jetzt weiter ab zum kühlschrank ist halt auch noch mal schön in so holz eingebaut worden finde ich richtig geil also war auch alles so dabei kühlschrank habe ich auch bezahlt könnte ich auch mal wieder putzen genau hier crash eis kaltes wasser finde ich ganz cool wenn ich den kühlschrank mal aufmache ja sieht jetzt nicht so gesund aus aber finde ich ganz cool schön viel platz und das für einen personenhaushalt ist schon geil hier sieht man zum beispiel auch temperatur und so weiter finde ich cool können wir auch noch mal kurz aufmachen ist einfach so standard was jeder glaube ich im haushalt hat highlight in dieser wohnung ich hoffe ihr habt so ein bisschen orientierung in diesem video ich habe einen balkon was ich ultra stark finde schauen wir mal ich werde es draußen sich alles zu rubschreiten weil unten eine kleine kapite hier ist auf jeden fall hier kleiner balkonwäsche waschmaschine bier sehr sehr wichtig wenn gäste kommen genau jetzt saßen natürlich alle nachbarn unter mir die denken sich mit wem redet der bitte zurück in der küche ab ins bad was für die überleitung ultra schick sehr sehr cool gemacht ich mache euch mal das licht an dass ihr ein bisschen sehen könnt spiegel lampen alles vom vorbesitzer spiegel finde ich ultra geil lampen sind auch ziemlich chillig regal war auch dabei also für wirklich für eine person ist die wohnung eigentlich schon viel zu groß also wie gesagt knapp 80 quadratmeter vorhang weg und man sieht ich habe sogar eine regendusche was ich sehr sehr cool finde so dann haben wir die ersten räume schon hinter uns würde ich sagen küche habt ihr schon gesehen ab auf die andere seite ist auch mit abstand glaube ich das highlight von dieser wohnung okay die küche ist halt auch ziemlich geil eigentlich ist die komplette wohnung geil aber darauf habe ich halt geschaut beim einzug oder generell bei wohnungssuche ich brauche ein schönes großes wohnzimmer weil ein extra raum für ins streaming also ein extra streaming raum das heißt ich bräuchte dann drei vier zimmer oder vier zimmer wohnung und es wäre dann deutlich teurer also könnte ich mir gar nicht leisten und deswegen habe ich hier die wohnung gefunden wäre natürlich ohne vitamin b nicht gegangen aber freunde hier mein nicht kleines sondern großes wohnzimmer ist wie gesagt noch lange nicht fertig ihr seht die wände sind noch alle nackt beziehungsweise noch keine bilder keine deko gar nichts größtes highlight finde ich meine zwei couch freunde habe ich hier gebraucht auf ebay gekauft ultra geil ich kann euch sogar sagen ich glaube 250 oder 260 euro kann man natürlich auch als schlafcouch nutzen ist sogar federkern und genau die ecke nochmal kurz regal war dabei uhr war auch bei der ablöse dabei lampe habe ich mir gekauft genau auf der seite alter fernseher funktioniert auch noch playstation xbox was man alles so braucht genau also hier fernseher und so weiter wenn man hier weiter geht seht ihr schon die ganze technik ich will nicht wissen was ich ende des jahres an nachzahlung von strom habe aber ja ich finde es ultra geil hier ist meine entspannte streaming und zockerecke ihr seht ich habe ein bisschen aufgerüstet vierter bildschirm ich glaube davon habe ich noch gar nicht erzählt neuer tisch ist am start neue füße also fuß für den tisch habe ich alles selber zusammengestellt und selbst zusammengeschraubt finde ich so ultra ultra geil genau kanäle sind hier auch noch mal offen könnt ihr gerne vorbeischauen dann gehen wir auf die seite hier haben wir haufen kabel auf jeden fall am start ich habe schon versucht hier zu kabelführungen ein bisschen ordnung zu schaffen sieht trotzdem noch aus wie scheiße aber hier ist mein neuer dj tisch beziehungsweise dj bereich du kannst mal kurz stehen bleiben das ganze sieht dann so aus natürlich habe ich hier dann das stativ stehen was jetzt hier an der seite steht hier lege ich auf hier habe ich meine lichter ich weiß sieht lange nicht so geil aus wie in meinem alten studio weil ich im alten studio meine schwarzen absorber an der wand hatte werde ich mir auch noch irgendwas überlegen aber wird nach und nach kommen ich habe hier den tisch gekauft beziehungsweise bestellt weil ich hier auch meine videos in zukunft schneiden werde und der tisch ist einfach höhlenverstellbar was ich halt ultra smart finde das heißt ich kann halt im stehen auch meine video schneiden controller schnell weg laptop hin videoschnitt ab auf youtube und fertig genau auf der seite gibt es eigentlich mehr viel zu zeigen außer kabel 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 wichtigste für die tisch ist das klar freunde nebelmaschine ist jetzt auch nur professorisch auf dem stuhl und genau größter nachteil was ich eigentlich gleich schon sagen kann vorab in dem video oder generell vorab in der wohnung war ich mach mal kurz das Fenster auf ich weiß nicht ob man das hört jetzt geht es natürlich gerade wieder aber es ist ein ultra krasser lärm aber mal irgendwo muss man abstriche haben oder abstriche haben was ich noch ganz cool finde ist ein bisschen versteckt werde ich aber noch irgendwo anders hin tun wurde mir vom vormieter als erste eigene wohnung geschenkt fand ich ganz cool hat ja irgendwo aus irgendeinem land mitgenommen hat glaube ich auch zwei 300 euro gekostet fand ich ganz cool als geste so hey deine eigene wohnung ich ziehe hier aus und ich schenke dir einfach das komische gesicht da so dann gehen wir weiter ansonsten hier gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen gehen wir weiter noch ins schlafzimmer dann sind wir eigentlich schon durch ich glaube das video geht schon vier stunden oder so wenn wir ins schlafzimmer gehen sieht auch noch sehr kahl aus wird alles noch schöner gemacht man sieht hier auf der der seite habe ich auch mit ablöse übernommen einen schönen kleiderschrank schönen kleiderschrank war mir eigentlich sowas von egal weil ich habe einfach eingesucht den ich wo ich meine klamotten rein schmeißen kann ich kann es euch mal kurz zeigen und nein ich habe nicht viele klamotten sind nur ein paar ja ich habe einfach einen kleiderschrank gesucht weil daheim hatte ich nur so ein stoff ding und das habe ich dann weggeschmissen und fand ich ganz cool dass er den in der bude lässt man sieht hier ganzen kartons also hier wird noch einiges an equipment ausgepackt bzw hier in der wohnung verteilt muss ich aber alles noch irgendwo schauen wo ich das platziere hier will ich noch etwas hinbauen aber werdet ihr alles in den update videos von meiner wohnung sehen hier fand ich ganz cool hat auch der vormieter eingebaut also nicht mal die vermieter sondern der vormieter der hier gewohnt hat einfach so ein zwischendrenner oder raumdrenner sage ich mal hier hat ein bisschen stauraum was ich nicht verstehen kann aber ist halt trotzdem cool wenn ich hier aufmache kann ich ja einfach durchschauen und fragt mich nicht warum ist cool braucht man aber nicht aber wie heißt so schön freunde lieber haben als brauchen so und im endeffekt sieht ihr hier noch als letztes mein kleines bett voll entspannt schönes boxspringbett kann ich jedem nur empfehlen nichts anderes mehr kaufen und ja nachkästchen und hier der gute lärm dazu kommen wir noch ganz kurz freunde zu den negativen sachen hier in der wohnung man kann es hier sehen es ist leider einfach als bau man sieht es hier unten auch noch mal mir fehlen die leisten es ist halt einfach ja es ist einfach eine alte wohnung trotzdem fühle ich mir so was von wie zu hause oder ja ich fühle mich einfach wohl hier in der wohnung müsste ich halt alles noch verputzen also ich habe das alles mit den vermietern schon abgesprochen oder besprochen apropos leisten habe ich hier oben noch mal welche bekommen müsste ich nur zuschneiden müsste ich hinbauen und genau fertig in diesem sinne sind wir eigentlich durch lampen ist natürlich das highlight noch hier in der wohnung wir können auch mal kurz ins wohnzimmer gehen ja ist halt ich glaube klassiker jeder der eine eigene wohnung zieht oder in die erste eigene wohnung das letzte was gemacht wird sind einfach die lampen und in diesem sinne freunde würde ich sagen war es das von der ersten zoom tour das video wird schon lang genug sein wir sehen uns auf jeden fall zum nächsten video wieder das wird wieder massig content geben ich habe sehr sehr viel geplant instagram abchecken facebook wollte ich sagen facebook nutze ich gar nicht mehr twitch abchecken kommen wieder geile dj streams und bisschen just chatting genau ich halte euch auf dem laufenden wegen deko updates und genau in diesem sinne freunde danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal peace